ja und damit hatte ich willkommen zurück zu world of warcraft legion hier bei explorer lp wir sind immer noch fleißig weltquests am machen sind in sturmheim und wir sollen jetzt nicht sterben nicht sterben nicht sterben flieg vorbei fliegt glück gehabt mörkis eier finden ja dann gucken wir mal wo der kollege seine er hat sollten können vielleicht mal ja wo hat der mörkis eine eier da ist ein aber es wird wie soll man das hochkartieren aber ob das so einfach nicht und da passiert doch hier oder nicht lass mich raten du musst von oben genau da drauf springen kann das sein ich befürchte es fast die haken kann man nicht benutzen ist das wirklich schwingend erforderlich dass wir da jetzt machen wir jetzt nur ein versuchen wenn ich dann muss man gucken ob er da wieder irgendwie hochkommen und dann da runter springen ich glaube es wird auch eher das sein alles andere wäre zu einfach okay und jetzt was soll man jetzt machen in die höhe oder was ich verstehe nicht das ist ja klauenhaft das ist ja klauenhaft was soll man was soll man achso achso ok und was hat es jetzt mit der öl auf sich weil was soll man wie ist so wie Ops. ja nein ihr könnt nicht fliegen ich glaube mehr verschuss gab es hier nicht ok 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 hat der Pugel gleich ein also die Krabben können wir nicht kirchnern aber die Raben verstehe ich nicht aber gut ja 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 Okay. So, jetzt gucken wir mal, dass wir da runter kommen. Schneefeder. Auf sieh, Schneefeder! So, diesen Teil der Quest hatten wir auch. Und, die kann man kürchen an. Wen brauchen wir jetzt? Den nicht. Kaul krass. Wo ist er denn? Ist hier ne Höhle? Ne, hier ist keine Höhle. Aber hier ist er. Müssen wir mal so warten, bis er wiederkommt. Okay. Wie weit sind wir denn weg von den Questen da oben? Das ist auch nicht so weit. Vielleicht könnten wir da so rüberschwimmen. Machen wir gleich einfach. Da ist er. Hier scheint verwandt zu sein. Ein Freund ist ein Freund. Egal wie klein er ist. Ja. So, Quest wäre durch. Jetzt müssen wir da oben hin. Mal sehen, ob wir über das Meer kommen. Die Quest haben wir ja durch. Haben wir hier irgendwo ein Fragezeichen? Ja. In Wallis da müssen wir dann unsere Belohnung abholen. Ja, die Questierung müssen wir auch noch machen. Zahltag. Aber ohne Gruppe schaffen wir das nicht. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob wir da rüberkommen. Das müsst ihr eigentlich. So. Der Flugpunkt ist dann rechts auf der Insel. So. 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 Ich hoffe, hier machen auch noch andere Leute, wie Quest. Ich glaube fast nein. Komm wir hier überhaupt hoch? Die Schildruudinsel. Ihr seid freundlich, ne? Ja. Ihr seid freundlich. Ja. hier geht es auch nicht hoch wir reiten einfach mal drum herum da geht es hoch. aber ich glaube wir sind ja ganz alleine auch alle level 110 plus wo ist denn der flugpunkt hier gibt es aufs maul was mit denen anlegen ja ja ich bin direkt wieder weg ich habe mich gar nicht gesehen schade ich habe gedacht hier werden wir ja los was soll man denn überhaupt machen ruft knochenknacker getötet also wir müssen zwei bosse erledigen ein flugpunkt da ist ein flugpunkt sorry wir sind leute aber können wir nochmal umschauen greifhaken 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 so höhle ne ich glaube wir fliegen mal zurück und holen uns die questbelohnung ab alles andere wer selbst macht jawohl was machst du was machst du ich glaube der macht sich unsichtbar der drecksack es gibt nicht mehr viele wächterinnen aber die gerechtigkeit darf nicht ruhen hilf uns diese üble kreatur zu tüften zeigt den einwohnern dieses landes dass die wächterinnen wachen oje was mache ich hier oje was mache ich hier oje was mache ich hier berserker ja warum bin ich dem hinterher gelaufen ich idiot die nebel holen euch nein tun sie nicht ihr entgeht mir nicht schnell 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 können wir den rahmen auch noch machen aber ich weiß ich weiß mehr nicht die die das tut. Was? Okay. Was macht ihr jetzt, Kinders? Was haben wir jetzt gekriegt? Uralte 5200 Artefakten. Uh, was geht? Da müsste der Andere ja genau gegenüber sein, oder? Ist ja draußen. Eure Knochen werden mein Schmuck sein. Warum geht der da rein? Der Dom ist da nichts. Freund der Sonne. Nein, ich wollte nicht angreifen. Ist der nicht hier dann? Nö. Außen. Ich denke mal, das war der, der Uhr mit den Sklitten rumgebämpft hat. Ja, gehe ich mal schwer von aus. Oh, Mietze, Katze. Ihr entgeht, ihr mich. Was? Rulf Knochenknacker. Komm. Ich will sprinten, weil sonst bin ich jetzt gleich tot. Nein. Nein. Lass mich in Ruhe. So. Mietze, Katze, wiederbeleben. Wo soll der jetzt sein? Oh, guck mal, da geht's. Wo will er hin? Wo will er hier hin? Wo will er hin, der Kollege? Was? Da will er hin. Warum? 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 Äh, ja. Müssen hinten rum. Glaube ich. Würde ich das vermuten. Irgendwo hier. Oder außen rum dann wieder. Gibt's hier auch? Nö. Oh, hier runter. Hier ging doch irgendwo der Weg hoch. Hier nicht. Hier war das, ne? Oder? Was sagst du da draußen? War doch hier, ne? Da. Nee, auch nicht. Aber hier irgendwo. Du bleibst schon da, ne? Nein, bleib doch natürlich nicht. Drecksachsau. Da war der Weg nach oben. Wie ist er jetzt? Ohnseher. Ski wird getötet. Hier auch nicht der Weg. Hey, wie sind wir denn hier hochgekommen? Wo war denn das? Ach, Menno. Hier sind wir doch angekommen. Also ist hier auch falsch. Sind wir schon dran vorbei. Okay. Dann, äh... Oder geht's bei ihm noch? Nö. Dann einmal rum. Wo war der Weg nach oben? Ertrinkt in Qualen. Nein. Oha. Oha, oha. Dann kommen wir da mit dem Haken hoch. Wir hatten noch einen Weg nach oben eben. Ne, das... Hä? Wir kommen ja da hoch. Geh weg. Geh weg. Geh mit deiner Mutter spielen. Oder war der Typ eben richtig? Wir mussten da einen Haken usen. Kann er scheinen? Ihr könnt nicht entkommen. Nein. Nein. Keine Ahnung. Komm, dann gehen wir jetzt zurück und, äh, gerne schon mal die Truhe holen. Und dann brauchen wir halt, glaub ich, für die nächste ja nur noch eine Quest machen. Äh, wo war jetzt der verkackte Flugpunkt? Ja, hier auch. Jo. Ist gut. Die Nebel holen euch. Ja. So. Wo gehen die denn jetzt hin? Da gehen wir nochmal hinterher. Hier geht ein Haken hoch, aber da kommst du ja nur dahin. Wo reitet ihr hin? Hier geht ein Haken hoch. Äh, komm. Wir fliegen zurück. Du süß, süß, süß. Gut, Kinder, wir sind auch jetzt schon wieder bei 21 Minuten. Ich würde sagen, dann machen wir hier einen Cut. Ich fliege dann schon mal zur Kiste und dann sehen wir uns dann da wieder. Ich wünsche dir da draußen auf jeden Fall jetzt noch einen schönen Tag. Schönen Abend, je nachdem, wann du die Folge siehst. Und sage Tschüss, bis demnächst. Bye, bye und ciao, ciao. Okay. Und. Bye. Bye.